ja leute da bin ich mal wieder tj und wir sehen wie wir jetzt spielen wir heute rätten dem 4 ja ich habe schon lange nicht mehr gespielt ich hoffe ich komme sie schon klar mal wieder weil ich habe die letzten projekte die welt liebe rübe 2 gespielt alle durchgespielt natürlich machen wir weiter ok leute nach mal gucken wir kommen wie wir klarkomme optionen nach heiligkei entfassung ja was wir mal so für die einstellung wurde der einsteuerung datenproduktion ja komm dann machen wir mal starten abladen hat gar bestimmt nicht drin oder ja komm auch wieder ein spiel ja ich wollte auch profi spiel aber geht leider nicht leicht normal ja ich kann mich nicht mehr auf resident evil 4 wo ist die spiel und schon leider ich weiß nicht die spiel und schon 1998 ich werde nie vergessen es war die Jahre als die grislye murders occurred in die arklay mountains nachdem die noten war die ganze Welt zeigen dass es die fault von einem secret viral experiment durch die internationale Pharmaceutical-Enterprise, Umbrella. Der Virus brachte in einer geringen Mountain-Kommunität, Raccoon City, und schießt die glücklichste Stadt, mit einem gewöhnlichen Blut zu verbrechen, die der Grundsatz der Grundsatz nicht. Der Präsident des USA hat eine Kontingency Plan um Sterilisieren Raccoon City. Mit der gesamte Führung auf dem Publikum, hat die Vereinigten Staaten eine Indefinite Suspension des Business Decre zu Umbrella geöffnet. Insofern hat ihre Stockprices gebrochen. Und für alle Intents und Wurzeln, die Umbrella war fertig. Ja, wenn ihr eine Geschichte sehen wollt, müsst ihr mit zwei, mit drei Spielen, oder zwei, also von den beiden halt. Six years have passed since that horrendous incident. Also, 2004. Okay. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? That must be my imagination. 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 Sorry it took so long. Yeah, somewhere in the south of the Europe part. I think Spanian or Portugal, all of the two. Yeah, let's see. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right, parking tickets. Good luck. Good luck. Jeez, who are these guys? Did you say something? Nein, hat er nie. Next thing, oi. Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Oh man, I'll get the name to hear. Ah, it's all right. Ja. Diese Folge haben wir, ja, so leid so, aber okay. Das hat man noch nie gesehen. Ich kenne nur die typischen Eltern, wo ich sie auch nicht kenne. Oh, hast du schon? Ah, danke. Uh, das war ein unheimlicher Typ, aber der Presse Trainer. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Oh, was? Okay. Excuse me, sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. What the hell are you doing here? Get out of here, bitch! Sorry to have bothered you. Yeah. That's your water. Freeze. I said freeze! Ah! Uh-oh. 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 Shit. Shit. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Understood. He's stood! 有事or! 有事or! Oh, what a stupid... Kaiser and Torvi... heard... Conven ​​ To... Ms. Ongesorger... This is a bad guy. Whoa! Whoa! Oh, no. Ey, 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 ey! In your face! Okay. Ja, zwei. Na, hofer, du hast doch was gehört. Du bist. Du bist. Du bist. Du hast Geld, danke. Du hast Geld, danke. Du hast Geld, jawoll. Mann. Halt auf das Spiel, wo sie gut zu sprachen, Leute. Aber... Ich kenne mich ja. Die Falle, was hat es gibt. Was ist das, Mann? Was? Okay. Nebentar. Ah. Oh Mann, muss ich doch wieder in Ordnung machen. Aha. Oh Mann, jetzt zieht das ja voll arg mit der Waffe. Ah, jawoll. Ach, hört sich das wenig Wölfchen an. Ach. Das arme Tier. Komm, ich helf dir. Und? Lauf die Freiheit, Kumpel. Lauf! Jawoll. Ich glaube, ich weiß noch, dass irgendwo hier noch... Äh, wo das Panzer hat. Ja, genau, ja. Ja. Ja, das wenigstens kann ich auch gleich kombinieren. So. Was? Achso, Beutlof. Ja, das kann möglich sein, dass in Spanien ist. Aha. Unfaller Städter! Fühl mir besser! Ja. Und war's kett. Es war's kett. Ja, danke. Ah, ein Handabdruck, oder? Oh je, nochmal warten, aber das spielt mein Mühe, ey, guck hier, what the fuck. Oh je, die Böge ja Frau glaub ich. Was? 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 Was ist denn das? bis Das war jetzt nicht fair. Das war jetzt nicht fair. Basta's Mierda Mierda Ah, für ihn Mierda Nicht uns Aha Ah, für ihn Was? No Mierda Mierda Ah, für ihn Hey, hier Kabrong Hey, hier Hey, hier Arrarlof Arrarlof We got to receive Nobody is there yet Ida No Uh oh Ah 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 Gte Ah 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 Wann Ah 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 Oh Oh, shit! I'm going to kill you! Son of a... I'm not going to kill you! I'm not going to kill you! I'm not going to kill you! Yeah, yeah, I got it! Ah, das ist der Sauerstreter, komm! Ah, das ist der Sauerstreter! Ah, das ist der Sauerstreter! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein! Was ist das? Was ist das? Halt! Immer mehr! Immer mehr, immer mehr! Immer mehr, immer mehr! Ja, wir weg! Ja, wir weg! Was ist das? 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 Ich bin ein bisschen. Das ist nicht so! Sie sind in der Trapa! Coge doch! Ah! Aber es ist nicht so! Wir wollen nicht mehr... Das ist schon ein guter Mann. Uh oh. Ei, 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 ei. Ich weiß es nicht. Na komm. Mehr, oder? Die Kampana. Es ist Zeit, zu reden. Wir müssen uns gehen. Ja, schade, dass die Kinder einen nicht besiegt haben. Sonst hätte ich noch mehr Geld bekommen, aber naja. Was weiß. Lord Sattler. Lord Sattler. Oh Gott. Woher gehts alle? Bingo? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Das geht zum Bingo und Spiel. Oh, der ist doch gleich eingeschlagen. Naja. Aber wir haben überlebt. Was um allen Welt. Wenn er doch so mitkäme. Naja. Bleib zu spät, das siehst du doch. Halt. Ah ja. Der ist gleich eingeschlagen, aber wir haben uns überlebt. Oh, noch haben wir überlebt. Komm schon. Nein. Nein, ich werde es noch nicht heilen, weil... Ich mache es noch ein bisschen auf. Und... Kann ich ja Kattester kontrollieren. Oh, den Genitzen. Jawoll. Und ein kleiner Anstieg von Lebensenergie. Ah. Ja. Ah. Ja. in Ordnung muss sein, Leute. Ich hasse, wenn das in Ordnung ist. Mag ich nicht. Ja, ich schon... Ich bin überall so saubermäßig, als ich so unordentlich bin. Jawoll. Geld. Nein, das braucht nicht. Was liegt mir? Uh. Das ist nicht schadviel. Uuuh. Uuuh. Hallo. Ich sehe es doch. Na ja. Sechs Schüsse. Eine Schrotbrinde. Oh ja. 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 Wie soll ich sagen? Er hat äh... Beine Knie aus Stahl. Hehehe. Seht ihr? Auf jeden Fall ist ja nix. Gibt es noch was? Gibt es noch was hier drin? Nein? Okay. Okay, okay. Achso. 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 Ja, das ist nur was zum Lesen. Brauch ich nicht mehr lesen. Ich bin ja zum Spiel hier. Und nicht zum Lesen. Achso. 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 Echt. Jetzt ist der eine. Was? 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 Oh! Jawoll! Vielleicht ist er vielleicht mitnehmen! Ja, diese blaue Vitaille bekommt dann so äh äh Belohnung Ja, hinten! Das macht mich! Ja, wir müssen alle Vitaille abgeliehen äh Ja, gut klar Hey! Das drastetig, was hier? Oh! 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 Was ist das? Oh! 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 Okay! Ich glaube, das ist jetzt gerade viel. Komm. Geh doch. Komm, die Hüter, die Bleier. Ach, das war's bei dir nicht. Na gut. Geht doch wohin hier. Ja, jetzt. Ah. Mann, was ist das? Ich wollte doch keinen schießen, aber... Falsche Tastatur. Ach, echt schlimm. Ja, weg mit dir. Ach, da brauche ich weg. Was ist das? Gut. Okay. Ja, mal gucken. So. ja blau ist die Beine alle erschießen oder wenn man es sehen hat es reicht nicht auch ok es reicht die Creme ja noch aber es wird mir noch einiges Schaminell nix oder was 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 ah ok ich glaube alle bin da hier oder nein jetzt mal schön das da ja wir haben alles dann schauen wir mal was er noch alles gibt oder im Türstein was umsaufen nein was umsaufen ist nur was geschad das war so wenig Eier Leute blöden Hühner gib mir mal Eier naja egal so ja ja ok ich weiß nicht was er kommt ja deswegen gehen wir renn renn ja das Spiel hat Quicktime Event Leute sie haben sie hier eingebaut so Spinel da mein Spinel so ah Kumpel hallo 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 komm komm ja da ja 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 aber schön ist noch jemand zu blöd du bist wie kann man nur zu blöd sein die 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 ja holen wir das Kappen auge Geld komm mal ich bin der andere Band ja wow ja hittenspinne so wie groß das Ding ist aaaah hehehe wie die falsche Tastatur neee nein ich will sie nur nur anordnen so so ja ne ja komm ich versteh nicht warum sie in den Haus so äh die Dinger benutzt ne ah komm ok hey ok da noch was ah komm mach mir das mal oh 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 ah ah little rough don't you think you're not like them no you ah ok i have only one very important question do you have to smoke got gum perfect the big cheese what hehehe 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 neil leo das kannst du nicht machen ok ok das war's dann unmächtig aber war schon vorbei ok ja gut Leute ich werde mir jetzt mal speichern ich danke für's zu sehen ich hoffe es hat euch gefallen geben wir ein like und jeder unterstützt mich darüber freuen ja und wir sind noch bald wieder also bis dann ciao ciao Leute